Ich bin Vasily Rode, ich bin 1,85m groß und ich spiele auf der Position des Guards. Ich wohne in Grafstädte, in der Nähe von Oldenburg. Ich finde Oldenburg ist eine sehr schöne Stadt, ein basketballverrückter Stadt und es gibt schöne Ecken hier. Ich liebe Havanna am Pferdemarkt, bestes Essen in Oldenburg. Ich bin auch fast jede Woche in Havanna. Ich bin relativ spät mit Basketball angefangen. Ich habe mir das gerne angeschaut und zwischendurch mal als Kind draußen gespielt. Ich glaube erst mit 15 Jahren bin ich dann in die Halle gegangen und richtig Basketball trainiert. Ich bin in Neustede angefangen, im Jugendteam in den ersten Jahren. Irgendwann kam ich zum BTB und habe erst mal in der Landesliga gespielt. Und ich glaube zwei Jahre später bin ich dann ganz zum BTB gewechselt. Ich glaube, ich kann ganz gut verteidigen und ab und zu treffe ich auch von draußen. Wenn es Basketball nicht gäbe, würde ich denke ich mal Kampfsport machen, gegen Boxen oder ähnliches. Der wichtigste Punkt, was mir am BTB gefällt, ist die familiäre Atmosphäre. Man kennt sich und man leidet zusammen, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen und man hält zusammen. Der wichtigste Punkt, was ihr stimmt? Vielen Dank.